So, da bin ich wieder. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, das war letzte, also der letzte Einsatz, der war unfair im Gegensatz zu den jetzt hier, die jetzt plötzlich mit einer Beanbag behandelt werden und die anderen werden einfach abgeknallt. Also die Frauen, die so ein bisschen verrückt waren. Aber was verrückt waren, die religiös fanatisch waren. Das ist schon krass. Weil, ich meine, hey, die waren eigentlich, wenn man so bedenkt, halb so gefährlich. Gut, die hatten auch Waffen und so, aber die haben auf ihrem Grundstück gelebt. Gut, die haben Frauenweh getan und so. Also anderen Frauen, die sie dann irgendwie in den Kult eingeschleust haben. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt hier Leute, die willentlich eine Massenschießerei anbeginnen. Und ja. Wir sind zu dritt. Ich würde die kleine Lobby nehmen. T auf blau. Gut. Schnell rein, komm. Verdammt. Hier ist relativ leer. Haben hier einige Rolltore eingebaut. Hier ist jetzt auch zu. Ich gucke drunter, zur Sicherheit. Das ist nicht mehr los. Eingang, also zwei Gänge. Bewegt euch, so schnell es geht. Wo sind die hin? Aber gut, es gibt ja mehrere Eingänge. Das wissen wir ja jetzt. Es ist niemand. Öffne die Tür, klare es. Konfirmiert. Geh wieder! Ich gucke. Echt hier, keine Kontext. Ich höre was. Ich gehe da rein. Irgendwo wird er sein Landtags wo ist der? Wo sind die denn? Guter Treffer würde ich sagen aber die haben sicher Die haben hier überhaupt nicht verkleidet Nehmen die Waffe weg Der hat zwei Personen dabei Der hat es auch nochmal gescheppert würde ich sagen Okay wir gehen mit Rot mit Okay gut dann ist es halt so Nimm die Dame mit Alles gut Danke Was haben wir hier? Habe gerade geguckt da war ein bisschen was los Also einen haben wir schon mal das ist nicht mal keine schlechte Ausbeute Los geht's Hier ist das Stay Way Das ist nicht so geil Red Team Split the door Ready Blue Post up and cover the area Door is good Dann würde ich sagen Alle Müssen wir alle da rein Red Blue Team Red Team Cover the area Blue Fall in behind me You got point Okay Boot darf rein Wir müssen uns ein bisschen mehr aufstellen Ich bin noch mit dem Manchmal nicht so ganz zufrieden Red Get the door Clear it Roger Move 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 Los geht's Was haben wir hier drunter? Hier ist nur sowas hier Okay Move in Clear it Moving into place Blue stack up Getting into place Okay Rot kann rein Moving it Kann die anderen sichern Alles so Okay Dann heißt das wir gehen alle Wir gehen da rein Ah hier waren wir schon Red Element Red Team On me Move Move Okay Wir gehen alle gemeinsam Red Stay on me I got nothing here Blue Team Gold Das dumme ist Achso hier Ne Start a search Yep So dann würde ich sagen Los geht's Search the room for content On my six Search and secure 10-4 Gut Dann machen wir es so Move and clear Confirmed Es ist so doof Also manchmal Manche Befehle funktionieren halt leider nicht Moving in Und das ist ein bisschen blöd Aber so ist das nur Achso Achso Das war's Achso Ich komm mit dir mit einfach Wo sind die denn? Noch nicht ganz bei mir Wir müssen jetzt den Stairway Ja Achso man hätte die Tür auswählen können Alles klar Geht's höher hier Seht's Ah okay Geht alle rein Los geht's Los geht's Okay Es geht immer höher ne Du lässt dich aber auch hier hin richten gefühlt Rein da Hat natürlich einen von uns erwischt weil Okay Abgescheppert Nimm die Leute fest Nimm ihn fest Hat ja lang genug gedauert Alles gut Alles gut Okay passt schon Einen von uns hat's erledigt ne Toll Okay ist nix Hier war aber auch jemand Los Gut Wieder langer Gang Ähm Ähm Meine Katze Die will unbedingt mitmachen Die Marschiert gerade mit Ich hab nichts hier Komm 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 Schneller 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 ich brauch euch Hm Hm Boah Boah Der Kollege Lass mal gucken Ist auch niemand Boah, Jum Glaubst du halt gar nicht, ne? Okay Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da Okay, jetzt sind zwei Eingänge Und ich gucke Okay, eins Safe Katze, was machst du da? Moment Ganz kurz, ich muss ganz kurz zu mir Auf die Katze gehören Okay Sorry, das So stört immer wieder die Atmosphäre, die kleine Katze Der sagt, ich bin auch dabei Alter Ja, sorry Alles gut Also man merkt, die Hallways sind schon etwas länger Wir hätten andere Waffen benötigt, glaube ich Warte, wer ist Okay, gut, dann Wer ist K.O. Okay, nee Okay, hier haben wir noch jemanden Mach das Ding auf Okay, jetzt sind wir hier auf jeden Fall soweit durch Sieht zumindest jetzt erst mal so aus Müssen wir die nächste Etage hoch Zuerst Wir sind noch lange eigentlich gar nicht durch Ihr könnt reingehen Wir gucken uns hier um Ist da jemand? Nein Wir gehen langsam vor Hier waren wir schon Also wir sind noch so nett Und töten die nicht alle sofort Okay Der nächste geht hoch Der nächste Weg Wo ist der nächste Rote da? Los geht's Rein Rein Erleuchtet was Boah, verdammt Immer das gleiche mit den Pennern Na, verdammt Alter, wenn mich das weggehauen hat Das war ein Schuss Also Leute Nimmt's mir nicht übel Aber ich werd jetzt einfach knallhart Lethal Weapons nehmen Also ich bin doch nicht dumm Das ist ein riesenlanger Hallway teilweise Dass es zum Kotzen ist Das Treffen sie die Leute nicht so arg Alter, die werden jetzt Puh Die werden jetzt richtig weggeschossen, Alter Ist mir doch egal Also Ohne Mist, ne? Detective Bailey Please call desk Wie gesagt Auch hier die Frage, ne? Warum Sollen diese Frauen da Es besser haben? Wir gehen da rein Und es macht bumm So Nehmen wir sogar eine Schrotflinte mit Für mich persönlich Ja, wobei, ne Warte mal, wir Können jetzt tatsächlich mal die Submachines nehmen Weil wir ja jetzt auf Nahkampf gehen Näher Wollen wir die MPX nehmen? Also das Rückwärtigen Truppen Während des Kalten Krieges Die Körperpanzerung Überwinden kann Leichte, kompakte Maschine Eine sehr hohe Feuerrate S SPC MP5 A3 Ich weiß nicht MP Komm, wir nehmen die SPAS Eine UMP Äh, einen moderateren Rückstoß Höhere Magazin Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit Die hier mal probieren Nur wenn das Ein Schally hat Ja Ja gut Komm Eine Lampe Mit einem Holo Ja, komm, wir nehmen Oh, wir können das SRS nehmen Aber hier ist ein Holo Ganz gut Komm, wir nehmen jetzt die P30 Ich wollte die schon die ganze Zeit Spielen Nein, 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 nein Äh So So Submachine Gun Du bekommst eine MP A3 Mit einem Roti Tundra Schalldämpfer Unterlauf Und eine Taschenlampe So Dann Alpha Bravo Bravo Bekommst Eine MPX Mit einem Holo Mit einem Harvester Mit einem Abgewinkelten Und mit einer Taschenlampe Charlie Charlie Bekommt Eine Was geben wir ihm denn SPC Und Delta Bekommt Eine Ich hätte Äh Delta Bekommt Eine UMP Und dann Gehen wir da mal rein Mal gucken Wie das sein wird Das wird vielleicht Ganz anders sein Weil es enger ist Also wir haben Enge Kämpfe Aber wir könnten Hier nochmal Richtig drauf Und übrigens Was mir auffällt Ne Ähm Wir haben einen Mit der Schrotflinte Einen mit der Türrahmen Ne passt Okay So Jetzt gehen wir rein Jetzt hab ich Bock Wir sind Wir müssen halt Schnell Wir müssen halt Furchtbar schnell sein Wir müssen halt ch Untertitelung des ZDF, 2020